Wenn du in meinem Newsletter folgst, dann weißt du, dass momentan zwei Bereiche auf Ethereum absolut am Boom sind und zwar das Restaking und das Liquid Restaking, wo wenn du dir einfach mal das TVN schaust, also das Total Value Log, was absolut momentan, also wie eine Rakete nach oben geht. Und genau deshalb schauen wir uns auch im heutigen Video gemeinsam an. Erstens, was es überhaupt mit diesem Liquid Restaking auf sich hat. Zweitens auch, was die Vor- und Nachteile davon sind. Und ganz zum Schluss zeige ich dir noch kurz ein Tutorial, wie du das grundsätzlich auch selbst benutzen kannst, wie du auch unter anderem von zwei Airdrops gleichzeitig profitieren kannst. Hi, mein Name ist Kevin Söhl und auf meinem Kanal lernst du über alles, was mit Defi zu tun hat, Decentralized Finance, inklusive auch aktuellen Entwicklungen, wie beispielsweise heute. Aber bevor wir direkt rein starten mit Liquid Restaking, lass uns zunächst mal anschauen, was denn die unterschiedlichen Arten sind von Staking und vor allem auch, was da die Vor- und Nachteile davon sind. Lass uns da mal ganz vorne starten beim ganz normalen Staking. Also, dass du beispielsweise bei einer Blockchain, die auf Proof-of-Stake beruht, dass du entsprechend mithilfst, die ganzen Transaktionen zu validieren. Und dafür, da kommen wir schon zu den Vorteilen, belohnt was mit Staking Rewards, die derzeit bei Ethereum meistens so zwischen 3 und 5% sind. Gleichzeitig bringt das Staking den Vorteil, zumindest im Vergleich zum Mining bei Bitcoin, dass du da im Allgemeinen relativ geringe Fixkosten hast. Und im Allgemeinen ist auch das ganz klassische Staking, zumindest im Vergleich zum Liquid Staking und Liquid Restaking nochmal deutlich sicherer. Das ganz normale Staking kommt allerdings auch mit ein paar Nachteilen. Und zwar zum einen, dass es durchaus relativ technisch ist, das Ganze aufzusetzen, auch für das Validieren und so weiter, dass du da auch keine Fehler machst. Gleichzeitig bedeutet das, dass wenn du deine Ether dann entsprechend in Staking lockst, dass die quasi illiquide sind. Das heißt, erstens, wenn du die verkaufen musst, kannst du eine gewisse Zeit dauern, bis du an die rankommst. Und zweitens kannst du nichts mit diesen Tokens entsprechend anfangen, wenn du die entsprechend im Staking hast. Auf Ethereum gibt es zudem die Anforderung, dass du mit mindestens 32 Ether das Staking betreiben musst. Das heißt, mit ein paar Ether geht das nicht. Du musst tatsächlich volle 32 Ether haben. Gleichzeitig hast du das Slashing-Risiko, was im Wesentlichen ein Sicherheitsmechanismus ist, dass wenn du jetzt beispielsweise ein Betrüger wärst oder irgendwelche inkorrekten Blöcke als korrekt validierst, dass du dann einen Teil von deinem Stake, also von deinen gestakten Ether dann entsprechend verlieren kannst. Und logischerweise können auch je nachdem, wo du steuerlich ansässig bist, gerade bei Staking-Risiko noch extra Steuern anfangen, im Vergleich zu, wenn du jetzt beispielsweise ganz normal Ether hältst. Und genau diese Nachteile vom normalen Staking, so nenne ich es jetzt mal, die erklären auch im Wesentlichen, warum der Trend momentan immer mehr Richtung Liquid-Staking geht, weil es einfach einige zentrale Vorteile hat. Und zwar bedeutet Liquid-Staking vereinfacht gesagt, dass du im Prinzip den gesamten Staking-Prozess, also das, was es so technisch macht und so weiter, dass du das komplett outsourcest, dann beispielsweise ein DFA-Protokoll oder auch beispielsweise ein zentrales Unternehmen. Das heißt, jemand anderes übernimmt das für dich und im Gegenzug dazu bekommst du sogar noch eine Art Quittung als Token, die du dann entsprechend in der Wallet hältst. Die Vorteile von dieser Methode sind, dass du da ebenfalls Staking-Rewards bekommst, die allerdings minimal geringer sind im Vergleich zu normalen Staking, aufgrund der Tatsache, dass hier natürlich der Betreiber ebenfalls mitverdienen möchte. Gleichzeitig hast du hier überhaupt gar keine Fixkosten, aufgrund der Tatsache, dass du das ja komplett outsourcest an ein anderes DFA-Protokoll oder auch beispielsweise ein anderes Unternehmen. Du brauchst auch keine Mindestanzahl in Ether. Du könntest beispielsweise Liquid-Restaking mit 0,1 Ether durchführen, du brauchst nicht die vollen 32 Ether. Es ist zudem super einfach, du brauchst nur deine Wallet connecten, kürzt das Ganze einzahlen und fertig. Also einfacher geht es aus meiner Sicht nicht und gleichzeitig bekommst du dann, und das habe ich schon eingangs erwähnt, bekommst du dann so eine Art Quittung in Form von Tokens, die du dann in deiner Wallet hältst, mit denen du dann theoretisch auch andere DFA-Protokolle weiterverwenden kannst. Das heißt, anders als beim normalen Staking, wo dann deine Assets im Prozent weggelockt sind, ist es hier liquide. Deshalb auch Liquid-Staking, sodass du das wiederverwenden kannst. Natürlich hast du bei der Methode ebenfalls das Slashing-Risiko, also wie gesagt, dieses Sicherheitsmechanismus, wobei du das im Prinzip komplett outsourcest an ein anderes DFA-Protokoll bzw. ein anderes Unternehmen. Natürlich können auch dort eventuell Steuern anfallen, je nachdem, wo du steuerlich ernsthaft bist und wie das Ganze gehandhabt wird. Und zusätzlich hast du hier noch das Smart-Contract-Risk, sofern du das über DFA-Protokolle machst, was ich persönlich empfehlen würde. Oder wenn du das Ganze über ein zentrales Unternehmen machst, dann hast du logischerweise keinen Smart-Contract-Risk, sondern in dem Fall das Custody-Risk, also das Verwahrungsrisiko, dass, wenn beispielsweise dieses Unternehmen pleite geht oder gehackt wird und so weiter, dass auch dann deine Funds theoretisch weg sein könnten. Schon allein, wenn du dir hier mal die Entwicklung anschaust, bei Liquid-Staking mit einem TWL von knapp 40 Milliarden, also das lässt sich definitiv sehen, das ist der mit Abstand Größe-Bereich im DeFi-Space sogar nochmal deutlich größer als der Borrowing-Space und der Borrowing-Space ist schon relativ groß und auch die Marktführer hier beim Liquid-Staking sind erstens LIDO, zweitens Rocket Pool und dann auch mit größerem Abstand dann noch später Binance Staked ETH, wobei da LIDO den mit Abstand Größenanteil hat. Dann lass uns jetzt weitermachen mit Restaking, wo auch im Wesentlichen die Grundidee relativ simpel ist, und zwar tust du im Prinzip für das Staking deine ETH weglocken, um dann die ganzen Transaktionen auf ETH und validieren zu können, das heißt indirekt oder beziehungsweise direkt trägst du da zur Sicherheit bei. So, aber wenn die ETH ja weggelockt sind, was spricht denn dann dagegen, dass du die genau gleichen ETH benutzt, um dann beispielsweise auch mitzuhelfen, andere Projekte mit abzusichern? Andere Projekte im Sinne von beispielsweise andere Layer-2-Chains oder im Sinne von beispielsweise irgendwelche Bridges, irgendwelche Orakel, genau das ist das Prinzip von Restaking. Und weil du hier beim Restaking nicht nur zur Sicherheit von Ethereum beiträgst, sondern auch von anderen Projekten, heißt das natürlich auch gleichzeitig, dass du die x-fachen Staking-Rewards bekommst, je nachdem bei wie vielen Projekten du tatsächlich mithilfst, das Ganze mitzuvalidieren, je mehr, desto mehr Rewards, aber heißt natürlich auch gleichzeitig, desto höher das Slashing-Risiko, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Gleichzeitig hast du beim Restaking überhaupt keine Fixkosten, weil du das komplett outsourcest an den entsprechenden Anbietern, der zählt beispielsweise ein DeFi-Protokoll namens Eigenlayer. Aber gleichzeitig bedeutet Restaking und das ist jetzt wirklich der revolutionäre Ansatz von Restaking. Ich meine, ja, für uns User ist es cool, dass wir die x-fachen Staking-Rewards bekommen, aber der wirklich große Game-Changer bei Restaking ist, dass sich jetzt Projekte von Tag 1 im Prinzip die Sicherheit von Ethereum erkaufen können. Weil wenn du beispielsweise Stand heute ein neues Projekt startest, wie beispielsweise ein DeFi-Protokoll, ist es unglaublich schwer, das von Tag 1 entsprechend dezentral zu haben, weil es eben nicht mehr den Vorteil gibt, wie damals beispielsweise Bitcoin hatte, dass Bitcoin das einzige Projekt war, ganz langsam gestartet hat und sich dann so im Prinzip immer mehr dezentral aufgeteilt hat. Diesen Vorteil haben die ganzen heutigen Projekte eben nicht mehr, weil schon die ganze Infrastruktur besteht von irgendwelchen Mining-Unternehmen, Staking-Unternehmen und so weiter. Das heißt, es ist unglaublich schwer, Stand heute wirklich ein dezentrales Projekt direkt von Tag 1 zu starten. Aber jetzt mit Restaking müssen sich die ganzen neuen Projekte nicht mehr damit auseinandersetzen, wie sie denn tatsächlich dezentral werden und sicher werden und so weiter, sondern sie können sich einfach ganz bequem von Ethereum entsprechend die Sicherheit dazu kaufen und können sich dafür dann entsprechend auf ihren Haupt-Use-Case fokussieren. Stand heute kannst du auch von einem potenziellen Airdrop beim Restaking profitieren. Jetzt wie das genau funktioniert, schauen wir uns auch in diesem Video gegen Ende noch etwas genauer an. Zunächst mal hier noch zu den Nachteilen und zwar zum einen, dass du, wenn du normales Restaking durchführst, dass du dann wieder illiquide Assets hast, wenn du deine Ether entsprechend backloggst und mit denen nichts machen kannst. Gleichzeitig hast du natürlich auch hier das Slashing-Risiko und zwar das x-fache Slashing-Risiko, je nachdem wie viele Projekte du hier mit absicherst und natürlich auch gleichzeitig potenzielle Steuern, je nachdem wo du steuerlich ernsthaft bist und wie das Ganze gehandhabt wird. Der derzeitige Marktführer und auch gleichzeitig Pionier in dem Space ist Eigenlayer. Das ist ein Projekt, was ich vor ungefähr acht Monaten schon auf meinem YouTube-Panal vorgestellt habe, als damals eigentlich noch nicht mehr live war, aufgrund der Tatsache, dass es einfach so ein revolutionäres Konzept ist. Und genau das sehen wir auch hier beispielsweise beim TVL, beim Total Value Locked mit der Zeit ungefähr schon 6 Milliarden. Wenn du dir hier diese Wachstumskurve anschaust, das ist einfach nur, ja, wie eine Rakete geht es nach oben. Da lass uns jetzt weitermachen mit Liquid Restaking, was im Wesentlichen einfach Restaking auf Steroiden ist, weil es ist im Wesentlichen das genau gleiche Prinzip von Staking zu Liquid Staking, nur jetzt dieses Liquid Staking nicht mit ganz normalem Staking, sondern mit Restaking. Deshalb auch Liquid Restaking. Im Vergleich zum normalen Liquid Staking hat hier dieses Liquid Restaking den Vorteil, dass du hier die x-fachen Staking Rewards bekommst und nicht nur die von Ethereum. Gleichzeitig hast du auch hier keine Fixkosten, weil du das komplett outsourcest. Du hast auch keine Mindestanzahl in Ether, die du brauchst, um das Ganze durchzuführen. Es ist super einfach, das schauen wir uns auch gleich noch in einem Tutorial gemeinsam an. Gleichzeitig bekommst du ebenfalls so eine Art Quittung in Form von Tokens, die du dann beispielsweise bei anderen DFA-Protokollen wiederverwenden kannst. Auch das schauen wir uns gleich noch im Tutorial gemeinsam an. Und gleichzeitig, wenn du hier dieses Liquid Restaking machst, hast du auch den Vorteil, dass du von zwei potenziellen Airdrops gleichzeitig profitieren kannst. Und auch das schauen wir uns gleich im Tutorial ein bisschen genauer an. Jetzt die Nachteile vom Liquid Restaking sind aus meiner Sicht relativ logisch und nachvollziehbar, wenn du die anderen Formen von Staking verstanden hast. Und zwar zum einen, dass du hier das x-fache Slashing-Risiko hast, aufgrund der Tatsache, dass du das Restaking durchführst, also für mehrere Projekte. Gleichzeitig können wir eben auch hier Steuern anfallen und natürlich auch das x-fache Smart Contract Risk, weil du einerseits das Smart Contract Risk hast, hier von diesem Restaking und gleichzeitig natürlich noch von diesem Liquid Staking Anbieter. Wenn du dir zu Liquid Restaking mal die Wachstumskurve anschaust, also sowas habe ich im DeFi Space bisher selten gesehen. Also wir sprechen hier vom Milliardenbereich, wo teilweise das TVL von Tag zu Tag um mehrere hundert Millionen entsprechend ansteigt. Sowas sieht man relativ selten, aber so sieht das Ganze eben aus, wenn man Product Market Fit hat, weil du da einerseits die Vorteile hast von dem Restaking durch x-fache Staking-Rewards und auch gleichzeitig, dass das Ganze liquide ist. Das heißt, dass du mit diesen Quittungstokens im Prinzip dann auch noch andere DeFi-Protokolle mitbenutzen kannst. Die Marktführer da sind auch beispielsweise Ether Finance und Puffer Finance. Eins davon, den der zehn Marktführer schauen wir uns auch gleich noch in einem Tutorial gemeinsam an. Das Liquid Restaking ist auch aus meiner Sicht unglaublich bullish für Ether. Also ich spreche jetzt ganz bloß von Ether dem Token, nicht Ethereum dem Netzwerk, sondern Ether dem Token. Denn das Liquid Restaking führt im Wesentlichen nur dazu, dass hier diese Anzahl der gestakten Ether im Zeitlauf noch höher geht und derzeit sind bereits 25% von allen Ether entsprechend backgelockt. Das heißt gleichzeitig, dass das Angebot im Zeitlauf immer mehr abnimmt. Zusätzlich natürlich, dass Ether an sich schon deflationär ist, was im Wesentlichen dann in der Praxis bedeutet, dass wenn wir tatsächlich in den Bullmarkt reingehen und dann die Nachfrage sich noch leicht erhöht, dass das eben einen viel stärkeren Effekt hat auf den Preis, aufgrund der Tatsache, dass hier einfach das Angebot so knapp ist. Gut, dann lass uns jetzt mal gemeinsam anschauen, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Und zwar hier ein Beispiel von Ether Finance. Das ist das größte Liquid Restaking-Protokoll, was es derzeit im Markt gibt mit einem Total Value Log von ungefähr 1 Milliarde. Und um das Ganze zu nutzen, kannst du einfach draufklicken auf Stake Now. Danach musst du dann einfach hier kurz deine Web-Dreiwolle verbinden, was ich jetzt hier beispielsweise mit Rebby gemacht habe. Und der Rest ist eigentlich aus meiner Sicht relativ selbsterklärend, dass du hier unter Stake beispielsweise Ether 1 zahlen kannst, beispielsweise 0,1 Ether. Dafür bekomme ich dann 0,1 E-Eth. Das sind diese Liquid Restaking-Tokens, die ich danach in meiner Wallet habe, wo ich auch genau für einen Ether einen E-Eth entsprechend bekomme. Und auch gleichzeitig, dass ich hier Staking-Rewards bekomme. Und zwar nicht nur die ganzen Staking-Rewards von Ethereum an sich, sondern gleichzeitig auch noch die Restaking-APR, die noch im Top kommt. Und auch zusätzlich, dass ich hier Loyalty-Points sammeln kann für Ether Finance. Und auch gleichzeitig Punkte für Eigenlayer. Und diese Punkte hier sind im Wesentlichen nur der Vorbote von einem potenziellen Airdrop, der mal in der Zukunft kommen könnte. Also aus meiner Sicht ist die Wahrscheinlichkeit unglaublich hoch, dass der tatsächlich kommt. Weil wenn nicht, dann würden die Projekte sich extrem ins eigene Bein schießen und der Ruf wäre dahin. Von daher gehe ich davon aus, dass wenn du hier das tatsächlich so machst, dass du dann einerseits von einem Airdrop profitierst von Eigenlayer und auch noch gleichzeitig hier von Ether Finance. Wenn du das Ganze dann hier über die Plattform gemacht hast, kannst du dann auch hier oben draufklicken auf Portfolio, wo dir dann hier auf Einblick angezeigt wird, wie viele Punkte du hier beispielsweise bei Ether Finance schon gesammelt hast, wie viele für Eigenlayer, wie hoch die APR hier ist. Und irgendwann mal später wird auch die Restaking-APR entsprechend angezeigt. Jetzt gehen wir mal nochmal zurück zu E-Eth, weil hier findest du noch eine zweite Option, dass du das Ganze direkt wrappen kannst. Was im Wesentlichen bedeutet, dass du diese E-Eth, die du hier bekommen hast durch das Staking, dass du die nochmal wrappen kannst. Das heißt, einen Wrapper außen rumpackst, sodass du dann Wrapped E-Eth bekommst. Und diese Wrapped E-Eth, die kannst du dann entsprechend bei den ganzen DFA-Protokollen theoretisch hinterlegen, falls du das möchtest. Ich habe auch mal direkt hier bei DFA-Lama unter diesem Boring-Aggregator nachgeschaut, wo genau man Stand heute diese Wrapped E-Eth entsprechend schon hinterlegen kann. Derzeit die COs waren noch relativ gering, aber im Zeitverlauf gehe ich ganz stark davon aus, dass hier die Auswahl immer und immer größer wird. Aber theoretisch könntest du beispielsweise hier bei Silo Finance diese Wrapped E-Eth hinterlegen, dafür entsprechend einen Kredit aufnehmen in den USCC, mit diesen USCC dann nochmal hier entsprechend noch mehr Ether kaufen, mit diesen Ether nochmal E-Eth, mit diesen E-Eth nochmal Wrapped E-Eth und so im Prinzip das ganze schachteln, loopen, sodass du im Endeffekt einerseits gehebete Kursgewinne bekommst, aber natürlich auch andererseits hier entsprechend nochmal deutlich mehr Punkte sammeln kannst für Ether Finance genauso auch hier wie für Eigenlayer. Es gibt beim Restaking allerdings auch ein paar valide Kritikpunkte, die auch insbesondere von den ganzen Techies häufiger diskutiert werden, wie beispielsweise, dass das Restaking im Allgemeinen deutlich komplexer ist wie das normale Staking, was dann im Endeffekt langfristig betrachtet dazu führen könnte, dass immer mehr Leute tatsächlich das Restaking durchführen und dadurch im Allgemeinen das Staking eher zentralisiert wird anstatt weiter dezentralisiert wird und auch gleichzeitig, dass wenn das Restaking irgendwann mal zu groß wird und zu lastig auf ein Projekt, dass auch dieses Projekt so ein gewisses Risiko darstellt für das Ethereum-Netzwerk. Und gerade wenn du solche neuen DFA-Protokolle benutzt, die noch relativ unbewert sind, musst du natürlich auch bewusst sein, dass du hier ein x-fach erhöhtes Smart Contract Risk hast und zwar einerseits hier von zwei verschiedenen Plattformen, wenn du das Ganze noch loopst, dann von drei verschiedenen Plattformen, das heißt hier diese Airdrop ist auch so ein Stück weit dann einfach die Kompensation für das Risiko, was du entsprechend eingegangen bist. Jetzt noch zu meiner persönlichen Meinung, also aus meiner Sicht wird es nur eine Frage der Zeit, bis es mal irgendwann komplett normal ist, dass man bei sämtlichen großen DFA-Protokollen beziehungsweise Borrowing-Protokollen, dass man dann dort diese Liquid Restaking-Tokens dann entsprechend hinterlegen kann, nochmal heben kann und so weiter. Ich glaube, das ist tatsächlich nur eine Frage der Zeit, bis es irgendwann mal kommt. Gleichzeitig könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es in der Zukunft ähnliche Konzepte geben wird, wie das Stablecoin für Libra Finance, wo du auf diesen Stablecoin eine dauerhafte Rendite bekommst, die finanziert wird, eben über diese Staking-Rewards allerdings nur normale Staking-Rewards und das genau gleiche System könnte man dann im Prinzip auch mit Liquid Restaking-Tokens machen, dass du im Prinzip die Rendite von Restaking dann entsprechend auf einen Stablecoin projizierst, was ebenfalls im Vergleich zum traditionellen Finanzsystem ziemlich attraktiv sein könnte. Jetzt ich persönlich benutze das Restaking und auch das Liquid Restaking stand heute nicht, aufgrund der Tatsache, dass ich derzeit mit meiner Investitionsstrategie primär auf gehebete Kursgewinne fokussiert bin und weniger hier auf extra Rendite oder extra Airdrops. Aber gerade für die ganzen Leute, die im Yeet-Farming-Bereich unterwegs sind oder im Allgemeinen Airdrop-Farming, könnte das durchaus hier eine interessante Gelegenheit sein. Aber im Allgemeinen bin ich doch relativ bullish, was Ether den Token angeht, genauso wie Ethereum das Netzwerk. Ich meine Token durch das Liquid Restaking, dadurch, dass einfach das Angebot immer und immer, immer knapper wird. Also ja, wenn da einfach mal im Bullrun die entsprechende Nachfrage kommt, da werden wir wahrscheinlich Breitsprünge bei Ether sehen, die für seine Marktkapitalisierung einfach komplett untypisch sind, weil einfach das Angebot zu knapp ist. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass das im nächsten Bullrun massiv nach oben gehen wird. Gleichzeitig auch Ethereum das Netzwerk in dem Moment, wo einfach immer mehr Chains auf Ethereum aufbauen, andere Projekte jetzt noch zusätzlich die Sicherheit erkaufen, ist natürlich auch gleichzeitig ein Symbol, dass Ethereum da ist, um einfach zu bleiben. Das ist ein Symbol, das ist ein Symbol, das ist ein Symbol.